In Deutschland ist so tolles Wetter. Man könnte zum Beispiel wandern gehen, man könnte Fahrrad fahren oder natürlich man könnte sich die neuesten Updates von Home Assistant hier mit diesem Video reinziehen. Ich bin der Ur, willkommen beim YouTube-Kanal Smartzeug. Ich habe es gewagt, mir die Beta zu installieren, damit ihr es nicht machen müsst und im Zweifel euer System schrottet. Und die ganzen Neuerungen dazu präsentiere ich euch hier in diesem Video. Wenn ihr zukünftig solche Updates, solche News gar nicht mehr verpassen möchtet, dann lasst einfach ein Abo da und bevor wir uns hier total verquatschen, filmen ab! Kurze Warnung an dieser Stelle. Passt mit der Installation der Beta auf und im Zweifel wartet lieber, bis hier eine reife Version des jeweiligen Updates zur Verfügung steht. Ich weiß, es ist immer cool, die neuesten Funktionen im System zu haben. Ich habe hier selber das gleiche System und freue mich immer wieder, wenn neue Sachen reinkommen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hey, wann wisst ihr denn, wann es eine reife Version gibt, sobald ungefähr hinten ein Punkt 3 oder Punkt 4 ist, dann wisst ihr, diese Version kann man eigentlich mehr oder weniger bedenkenlos hier installieren. Natürlich alles ohne Gewährleistung. Wie ihr wisst, verschlingt hier Videoproduktion sehr viel Speicherplatz. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Cloud-Speicher, einfach, dass ich etwas auslagern kann. Also habe ich mich nach einem Dienstleister umgesehen, der hier vielleicht etwas mehr in Bezug auf meine Sicherheit gewährleisten kann. Der jemand, der jetzt nicht unbedingt in den USA mit seinen Servern ist und so weiter, sondern vielleicht in Europa und vielleicht sogar meine Daten verschlüsselt. Und da kommt jetzt Proton ins Spiel. Sie setzen stark auf Open Source und Transparenz. Alles ist darauf ausgelegt, dass nicht einmal Proton selbst einmal auf eure Daten zugreifen kann. Und das sind ideale Voraussetzungen, um nicht nur eure sensiblen Daten hier drauf zu sichern, sondern auch Fotos und Videos von euren schönsten Momenten, privatesten Momenten mit euren Familien, Freunden und Liebsten. Der Dienst ist dabei komplett kostenfrei, die ersten Gigabyte gehen komplett aufs Haus und wenn ihr ein paar Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr das Ganze auch direkt auf 5 Gigabyte hochpushen. Manchen Nutzern reicht hier das kostenlose nicht aus, die brauchen einfach deutlich mehr Speicher und diese zahlenden Nutzer finanzieren hier den Dienst für alle anderen mit. Proton ist hier Community getrieben und nicht werbefinanziert, ähnlich wie Wikipedia oder Mozilla. Und wenn euch das Ganze jetzt hellhörig gemacht hat, unten in der Beschreibungsbox findet ihr den Link zu Proton und seinen Services, speziell auch zum Drive und dann könnt ihr euch das anschauen, könnt das Ganze nutzen und auch hier direkt mit dem Dienst loslegen. Die erste Neuerung aus diesem Release betrifft die Backups. Ihr könnt nun bei den Speicherorten der Backups für die einzelnen Bereiche festlegen, wie oft dort ein Backup hinterlegt werden soll. Zum Beispiel kann ich hier beim Netzwerksspeicher drei Backups festlegen, kann aber zum Beispiel auf diesem System unterschiedliche Backups festlegen und zum Beispiel auch sieben. Und das gilt natürlich auch für die Cloud-Speicher wie Google Drive und allen anderen, die hier von Backups unterstützt werden. Die nächste Neuerung aus diesem Release betrifft hier diesen Schalter. Euch hat vielleicht genervt, dass der Schalter standardmäßig immer aus war? Gar kein Problem. Bei den Backup-Einstellungen könnt ihr nun im Bereich der Backup-Präferenz bei der Aktualisierung festlegen, ob dieser Schalter immer aktiviert oder immer deaktiviert sein soll. Und jetzt denkt ihr euch, hey, das war doch eben keine globale Aktualisierung, sondern ein Add-on. Korrekt. Wenn ich etwas weiter runterscrolle, bekomme ich hier die gleiche Option, auch zum Beispiel wenn ich hier Add-ons aktualisieren möchte oder nicht. Und kann dann festlegen, wie dieser Schalter sich verhalten soll. Mit diesem Update kommt Nutzerinnen und Nutzer der Nabu Casa Cloud voll auf ihre Kosten. Denn ihr könnt nun im Bereich von Assist bei Text zu Sprache die Stimmen nochmal verändert dargestellt bekommen. Zum Beispiel wenn ihr zuvor Area bei Englisch genommen habt, habt ihr nun unterschiedliche Einstellungen zu Area. Mal glücklich, mal traurig, mal energisch, mal wütend und könnt dann damit rumexperimentieren. Natürlich gibt es auch zu weiteren Sprachen hier erweiterte Gefühle, nennen wir es mal. Zum Beispiel bei Konrad könnt ihr nun Cheerful oder Sad auch bekommen als Sprache. Hier für euch die kurze Übersicht, wie viele Sprachen es vorher gab und wie viel es dann nach diesem Update mit diesen unterschiedlichen emotionalen Untertönen geben wird. Mit diesem Update bekomme ich neben dem Gerätenamen auch gezeigt, wo dieses jeweilige Gerät ich in meinem Home Assistant abgelegt habe. Zuvor habe ich zum Beispiel meine ganzen Temperaturgeräte, Temperatur Außen, Temperatur Garage oder Temperatur Bad genannt. Mit diesem Update kann ich alle nun Temperaturen nennen, alle Geräte, die eine Temperatur auslesen und kann dann anhand hier der Bereiche erkennen, von wo ich hier dieses Temperaturgerät gerade beziehe. Das hilft ungemein hier das Ganze besser zu strukturieren und zu ordnen. Und wie ist zu dieser Neuerung eure Meinung? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, ich freue mich schon drauf. Lange hat SadWave hier in Home Assistant nicht besonders viel Liebe erhalten. Das ändert sich nun mit diesem Update, denn wenn ihr nun SadWave Geräte hinzufügt, hier in eurem Home Assistant, dann bekommt ihr nach dieser Abfrage die Möglichkeit, das Verhalten des SadWave Funks hier auf eure Bedürfnisse anzupassen. Ihr könnt hier entweder Direct Long Range nehmen oder das Ganze weiterhin zu einem Mesh Network hier etablieren. Aber das ist nur die halbe Miete. SadWave bekommt auch Smart Start to Scan mit einem QR-Code und darauf freue ich mich besonders. Denn das wird ein neues Benutzerlebnis, hier noch einfacher SadWave Geräte mit eurem Home Assistant zu verbinden. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Über die nächste Neuerung freue ich mich besonders. Denn wenn ihr nun Geräte hier ins Home Assistant hinzufügt, zum Beispiel hier ein Shelly-Gerät, dann könnt ihr direkt mit dem Hinzufügen hier den Gerätenamen anpassen. Zuvor ging das nur mit einem Bereich. Jetzt ist hier dieser Block mit Gerätenamen hinzugekommen. Fans von YAML jetzt aufgepasst. Denn die nächste Neuerung wird euch richtig gefallen. Wenn ihr hier zum Beispiel ein Code mit YAML schreibt, dann bekommt ihr als Beispiel, dass hier diese Benutzeroberfläche kein Template unterstützt. Aber mit diesem Release verändert sich das. Denn wenn ich den gleichen Codeblock auf mein Testsystem eingebe, welches schon hier die Beta aufgespielt hat, dann habe ich hier die Möglichkeit zum UI-Modus zu wechseln. Denn das System erkennt nun hier den eingegebenen Code und wandelt es dann direkt hier um. So kann ich dann das Ganze noch besser handhaben und damit hier für mein Zuhause und für mein Home Assistant einstellen. Na, gefällt euch das? Auch gerne hier eure Meinung unten in die Kommentare packen. Ich bin mal gespannt. Automatisierung und Skripte nun aus dem Internet in euer Home Assistant reinzukopieren, wird nun noch einfacher. Denn stellt euch vor, ihr kopiert euch einfach irgendwo so einen YAML-Code. Und jetzt springen wir mal in eine leere Automatisierung. Dann kann ich jetzt einfach mit STRG-V und der Code wird automatisch übernommen. Das bedeutet hier den Schritt oben rechts zu den drei Punkten und den YAML bearbeiten, muss ich gar nicht mehr machen, sondern ich kann einfach hier vorne auf dieser Oberfläche, sobald ich in eine Automatisierung reingehe, STRG-V oder auf dem Mac Command-V und dann wird das Ganze direkt reinkopiert. Wie genial ist das denn? Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie Home Assistant hier bei euch automatisch die Sachen erkennt, dann gibt es jetzt für euch Abhilfe. Denn in den Einstellungen, wenn ihr zu Netzwerk geht und dann ganz weit runter scrollt, bekommt ihr hier drei Bereiche, wo ihr das euch anschauen könnt. Zum Beispiel habe ich hier den DHCP-Browser. Wenn ich dort reingehe, bekomme ich hier angezeigt, hier was Home Assistant alles über DHCP erkennt. Und dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Und das geht natürlich beim SSDP-Browser, so wie beim Zero-Conf-Browser natürlich auch. Kommen wir nun zu der Liste von neuen Integrationen, welches es mit diesem Update gibt. Wir haben hier zum einen den Immune-Inverter. Darüber hinaus ist jetzt die Miele-Integration verfügbar. Außerdem NTFY sowie S3. Und natürlich dürfen wir hier auch RealClone nicht vergessen. Es gibt aber tatsächlich noch mehr. Gerade über Home Connect könnt ihr nun viele weitere Integrationen hier abrufen. Zum Beispiel NTF könnt ihr nun auch über Home Connect ansteuern. Darüber hinaus ist nun Google Gemini auch über Google Generative AI verfügbar, sowie Maytag über Whirlpool und National Grid US über Opower. Und wo wir dabei sind, Stiebel Eltron kann man nun mit diesem Release über das User-Interface hier aufsetzen. Verbessert wurden auch bestehende Integrationen. Und ich scrolle hier mal ganz langsam durch, denn wenn ich auf jedes hier eingehen würde, dann würde das Video viel zu lang werden. Aber ich möchte euch hier diese Liste nicht vorenthalten. Und bei den anderen Nennenswerten Änderungen sind auch ein paar ziemlich coole Einträge dabei. Unter anderem Fans von Meta, speziell hier mit 1.4, wurden ja, ich glaube mit Waterhater ist hier Durchlauferhitzer gemeint. Und dieser Gerätetyp wurde nun mit diesem Release hier hinzugefügt. Auf den einen oder anderen Punkt hier in der Liste bin ich ja bereits hier eingegangen. Aber nichtsdestotrotz, hier der Vollständigkeitshalber für euch, damit ihr euch das in Ruhe durchlesen könnt. Hier ein kurzer Flug durch die Backward-Incompatible Changes. Sollten die Einträge hier, die ihr seht, euer System betreffen, weil ihr damit arbeitet, dann geht hier in dieses Dokument rein und lest euch das in aller Ruhe durch. Ich packe euch den Link, wie immer, unten in die Beschreibungsbox. Und da müsst ihr nicht danach suchen, sondern könnt hier direkt reingehen und die Einträge dann, wenn für euch relevant, dann studieren. Und wenn euch jetzt der Kopf total raucht und ihr denkt, hey, das ist mir viel zu viel, ich will mich lieber mit anderen Leuten austauschen und hier die Neuigkeiten so kennenlernen, kein Problem, wir haben seit neuestem auch ein Forum gegründet. Ihr seid dort ganz herzlich willkommen und dazu spiele ich euch jetzt mal was ab und würde mich riesig freuen, wenn ihr euch noch heute dazu registriert. Jeder von euch, jede von euch ist willkommen, ein Teil der Community zu werden. Wir freuen uns riesig auf euch. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. Ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme, sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch App-Support unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch. Und wenn ihr euch jede Änderung mit diesem Release euch durchlesen möchtet, Punkt für Punkt, dann packe ich euch den Link zum Full-Change-Log auch unten in die Beschreibungsbox. Dann könnt ihr hier reingehen und jede Veränderung in aller Ruhe studieren, zuzüglich mit dem Ticket in GitHub. Und somit wären wir durch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber ins Outro und hören uns mal das Fazit an. Ja, das war's auch schon. Ihr seid im Outro angekommen. Kommt zum Fazit vom Home Assistant Release 2025.5. Was waren denn hier eure Highlights? Packt mir bitte unten in die Kommentare, was ihr besonders toll fandet. Und wenn euch irgendwas gar nicht gefallen hat oder ihr denkt, was anderes hätte hier auf der Liste stehen müssen, dann packt das auch unten rein. Home Assistant liest ja im Zweifel mit. Also, ran an die Tastatur und rein tippen. Und wenn ihr mich fragt, ich habe zwei persönliche Highlights. Zum einen, dass ich bei den Backups nun endlich auf meinem Fritznas 99 Backups hinterlegen kann. Das wollte ich schon immer mal machen. Aber zum anderen, dass man nun so Küchengeräte wie, keine Ahnung, Geschirrspüler von Nev oder so, nun hier über Home Connect reinbekommen kann. Das sollte den Waff bei dem einen oder anderen deutlich in die Höhe treiben. Und da bin ich mal gespannt, wie hier die Reaktion bei euch zu Hause ist. Wenn euch das Ganze gefallen hat, es ist jetzt 2 Uhr 2, aber es ist nicht schlimm. Morgen ist der Tag der Arbeit, also ein Feiertag, also kann ich auch ausschlafen. Würde mich aber riesig über ein Like freuen, wenn ihr hier meine Arbeit wertschätzt. Und wenn ihr jemand anderes unbedingt dieses News Video auch mitbekommen sollte, nehmt dieses Video und teilt es mit dir. Ich denke, die freuen sich auf jeden Fall, denn vielleicht hätten sie es ja vergessen, sich anzuschauen, weil sie jetzt gerade zum Beispiel wandern oder Fahrrad fahren sind. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut, ciao!